so leute ihr habt nichts verpasst hier ist wieder star wars ich probiere mal das hier zu machen ich werde deine verteidigung durchbrechen warum gehst du so komisch ich hab neulich einen Fehler gewischt seitdem ist mein Knöchel ein merkwürdiges Klickgeräusch hör damit auf es geht mir auf die Nerven ja klar sofort abständischer er ist entlocken abstand halten und schießen befolge den Jedi er ist tot ich treffe ihn einfach nicht Feuer an und vorrück ok nochmal ok scheiße neul da nicht nachlassen ich erreiche ihn einfach nicht verfolgt ihn Gott ruhig Feuer bündeln alles klar ja 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 du 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 du